Ah, Maschine. Hey, guck nach vorne. Ne, 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 da vorne. Oh, da war die Karte, der da unten schießt. Und irgendwer schießt, ist gleich da in der Hälfte, in der Hälfte. Da. Oh. U-Schnora, du. Echt Wahnsinn. 120 Schaden gemacht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so viel Schnorren ist. Ja, ich hab 312 gemacht. Was, 312? Patti, du musst dich nicht rechtfertigen für Schnorre-Aussagen. Falls du das Gefühl hast. Ich habe jetzt nur einmal was gesagt. Ich sag's doch. Weil die dem die ganze Zeit so getan hätte, würde ich schnorren, aber ich würde schon sagen, dass ich das in den meisten Schaden mache. Alles gut. Okay. Wirklich. So kann man's auch sehen. Was bist du dann irgendwo? Drüben beim Haus wahrscheinlich, oder? Ja. Vergehen wir hinfügen. Vergehen wir hinfügen. Vergehen wir hinfügen. Okay. Vergehen wir zum Ceron, ja. Ich glaube, wir kommen jetzt zurück. Ich glaube, wir kommen zurück. Alter, da ist er gerade nicht so cool Da oben sind wir Der trifft mich schon wieder durch Ich bin wieder durch Wir haben noch gar nichts zu gehen Kommen, Logger Kommen, Elite Ja, also vom Haus, rum Richtung Haus Ja, da oben bei einem Hip-Hoot-Bombs Die sind immer noch am Haus obendrauf Am Haus obendrauf 160 Ich habe keine Waffe dafür Hä? Ich checke nicht, wo die sind Am Haus obendrauf Noch und einer war hier wieder Lass mal ein bisschen in die Zone gehen 6 mit 7, oder? Ach da, da 60er 100er Ja Die dürfen leider relativ ruhig sein Da nehme ich nicht wieder was zum hier Digga, war das knapp aus Die müssen jetzt kommen Digga, bei der DM Die haben wir einmal gar nichts überzielen Ich checke sie da rein Fliegen die? Ah ne, der hielt sie Der hielt sich Jetzt ist er genau hinter dem Baum Tuscheln die, markier mal Tuscheln die, markier mal Tuscheln die, markier mal Kommen,енная Saugfax Kommt ja Wo ist der hin? Ach der fährt dann mit dem Auto Kurz ohne Treffpunkt Er wird saugfax Der fährt hier mit dem Auto rum Ich hab seinen Reifen kaputt gescheit Der ist ausgestiegen Ah, saugfax Hier, der fährt hier rum Wenn dieser Snipe nach unten geht Wie lange denn? Der muss jetzt in der Tür Der geht jetzt in der Zone noch Ach Digga, was hab ich jetzt weggelegt, was ich nicht wollte Ach so, ich kann Wege mehr haben Aber ich hab dein Auto Von deinem Mike schon viel eher gehört Witzig Von meinem Mike? Jaja, also von Ja, wahrscheinlich Warte mal kurz Hier ist ein Lama Hier ist ein Lama Ah, ich verstehe Hier ein neuer Phlegi Phlegi? Ja Wo sind denn die jetzt? Die müssen wir hier irgendwo Insel ist auch schön Ah, Flügel hinter uns Über uns Richtig Richtig Hä, die Rebooten Na, stimmt Ist egal, oder? Hä, die Rebooten Ich bin hier Warten Ich bin hier Mit der Rebooten Ich bin einfach Und hier Der ist noch Alter, warum hat man ein Snipe Shot? Noch wichtig geil aber da oben ist er drin im haus im haus im haus Ja, der steht da raus. Lass mal durchziehen hier. Mein Gott. Land doch einfach, denke ich mir immer.